...den Türcode geknackt und öffne sie. Hm. ...seid vorsichtig. Alles klar, darauf kannst du wetten. Okay, wo immer es jetzt auch hingeht, auf jeden Fall weiterhin im Labor und dabei. Alter. So wie so ein lauberer Wind hier. Oh. 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 Der hat auf jeden Fall das, was wir, glaube ich, brauchen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für B.O.W.s noch kommen. Der hat auf jeden Fall, denke ich. Weil. Der. so viel damage alter ja schon krank eingezielter kopfschuss ja es ist wieder schön hier am snipen illegales zugehörer weiteres größeres illegales zugehörer nicht schlecht vergesse mal dass sie hier muss eine art anstatt dass die dann hingeht der hand aufruf herald und dann du glaubst du ja hier verwirrung ich kann das passwort kopieren aber ich brauche erst ein element okay so sehr ungutes gefühl wenn da draußen schon was schwimmt du glaubst nicht was ich entdeckt habe morgen landsteil von der fbc steckt hinter dem terape die steckung also gesprochen scheint so ich habe bisher nur indizien beweise nicht um ihn festzunageln zugehörer Impfstoff wurde infiziert. Du Scheiße. Das ist ein Notfall. ja vorgehen ja wie geht man da jetzt vor kann man den schiebeln vorher betätigen keine reaktion und dann haben wir das mit den impfstoff rein und jetzt lass uns den download beginnen keine reaktion so jetzt kommt wieder das zu dem Wasser hier das ist ein Notfall, komm sofort her Jill, alles okay? das heißt hier unten schwimmt irgendwas rum Passwort verwendet Gute Arbeit, B.S.A., Eure Aktivitäten waren erhellt Morgen, Lansdale Ich wusste, dass O'Brien und sein Schutz und Raiment in meinen Sachen umschnüffelten Mit euch habe ich allerdings nicht gerechnet Das war mein einziger Fehler Du warst es also beim Angriff auf Terragrigia Möge Wihl Gute Eure Überall zu den Scharfschutznäuren. Die legt man am besten hin. Ich habe den Scharfschutznäuren. wenn ich nicht wieder nah ran muss ach komm so ausgespuckt hier die dicken dinge hier ich hoffe ihr begreift den ernst der situation und warum ich persönlich erscheine dinge machen mir angst auch kleinlich könnten ich muss jede unvollkommenheit ausbügeln die bs direktor o'brien eure ganze organisation ihr macht nichts als ärger ihr habt doch nicht etwa erwartet dass ich euch ungestört herum schniffeln lasse macht euch doch nichts vor ihr seht mal euer schicksal liegt in meinen händen was zum die quince nobia okay kein außerweg ei 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 leute 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 das wird immer spannender hier mit tat wird auferlegt das ist soweit schon mal nicht schlecht ich sag damit mal bis später und wir werden uns in den nächsten parts weiterhin immer wieder hören wir sind ja noch nicht fertig aber wir werden es demnächst wahrscheinlich uns dem ende nähern wir wissen es nicht es ist spannend und es bleibt spannend bis bis später bis später bis später bis später bis später bis später bis später